Hallo zusammen, ich bin's der Philipp und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Wir befinden uns hier in Illustrator CS6 und ich möchte heute fortfahren mit allen Tools in Illustrator. Heute werden wir uns vornehmen das Column Graph Tool und das Symbol Sprayer Tool. Vorneweg kurz, danke für euer Feedback, ich hoffe ich konnte die Mikrofonqualität etwas verbessern, ihr hört mein Atmen nicht mehr so schlimm und das Hallen nicht mehr so schlimm. Falls es immer noch so schlimm und lästig sein sollte, lasst es mich bitte wissen und ich probiere hier nochmal eine andere Lösung zu finden. Okay, wollen wir anfangen. Als erstes möchte ich ein neues Dokument erstellen, dazu Ctrl N drücken und es geht hier direkt das Popup Fenster auf, wo ich mein Dokument benennen kann, die Größe definieren kann und so weiter und so fort. Hier habe ich Pixels genommen und nehme hier 600 mal 600 Pixel, drücke auf OK. Also, wenn ich jetzt hier auf das Column Graph Tool gehe und ich klicke da drauf und bleibe mit der Maustaste drauf, dann geht mir hier so ein Balken auf, wo ich ganz viele verschiedene Optionen habe, die ihr aber eigentlich nicht braucht. Ihr braucht eigentlich nur das erste, dazu kommen wir aber gleich später noch. Okay, ich fange gleich mal an und zwar, wenn ich hier reinklicke, könnt ihr euch ein beliebig großes Diagramm zeichnen, einfach mal so und es geht hier auch direkt so ein Fenster auf. Ich ändere das mal hier kurz noch auf die Originaleinstellung, so. Also, so sieht das jetzt bei euch zu Hause aus. In der ersten Reihe hier kann ich zum Beispiel jetzt Texte einfügen. Also, um einen Text hier einzufügen, müsst ihr immer ein Anführungszeichen davor setzen, ansonsten erkennt Illustrator den Text nicht. Also, Anführungszeichen zum Beispiel Importe, Anführungszeichen Exporte und noch ein drittes Anführungszeichen Zentrallager. So, also, ich füge jetzt hier hinten noch ein paar Zahlen ein, zum Beispiel irgendwas. Und noch eine dritte Zeile, damit das Ganze dann ein bisschen besser aussieht. So, also, wenn ich jetzt hier auf den Haken klicke, Apply, dann wird das Ganze hier in Illustrator in meinen Column Graph übernommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt hier überall meine drei Balken in meinem Balkendiagramm. Hier links ist dann die Höhe angeschrieben, also der Index angeschrieben und hier unten ist die Legende mit Import, Export und so weiter, wie ich sie benennt habe. Mit einem kleinen Mausklick hier auf dieses Feld, Transporal Column, dreht ihr das Ganze einfach um. Am besten geht das, wenn ich euch das einfach mal zeige. Zum Erklären nicht ganz so einfach. So, jetzt sind einfach die Titel oben und die Zahlen unten. Wenn ich wieder auf Apply klicke, ist das Ganze hier entsprechend angepasst. Dann habe ich hier einfach hier drüben meine Legende und das Ganze sieht dann so aus. Das könnt ihr halt dann so machen, wie ihr das lieber mögt. Okay, was gibt es noch zu sagen? Ihr könnt auch Daten importieren und zwar von Excel zum Beispiel, wenn ihr bereits eine Tabelle in Excel gemacht habt. Ich gehe dazu mal kurz hier in Excel. So, neue Tabelle hier. Und jetzt gebe ich hier genau das gleiche auch wieder mit den Anführungszeichen ein. Und jetzt gebe ich hier zum Beispiel ein Bäume, Kühe und Schafe. Und auch hier gebe ich wieder Zahlen ein. So, dann speichere ich mir das Ganze ab. Wichtig hierbei ist, ich zeige es euch gleich. Also, ich speichere mir das hier mal auf den Desktop. Und jetzt nicht den Dateientyp Excel nehmen, sondern wir müssen das hier umändern und zwar in Text, Tab, Stop getrennt. Das Ganze speichern wir. Hier kommt noch eine Fehlermeldung und da machen wir Ja. Okay, kann ich Excel hier schließen. Übrigens, es ist sehr wichtig, dass ihr Excel schließt. Wenn ihr das nicht schließt, dann wird das Ganze später nicht funktionieren. Wir brauchen das hier nicht zu speichern, da wir das ja gerade auf dem Desktop noch gespeichert haben. Ich klicke also jetzt hier auf Import Data. Gehe hier auf den Desktop und habe hier meine Mappe 1. Klicke auf Öffnen und hier sind direkt meine Titel, meine Zahlen, die ich gerade eben hier in Excel eingegeben habe, erscheinen mir hier, wenn ich auf Apply klicke, ist das Ganze hier auch entsprechend angepasst. Okay, das wäre es mal hier zum Einstellungsfeld, wo man Zahlen, Daten und Titel eingeben kann. Ich werde das jetzt hier mal zumachen. Okay, weiter geht es in Farbbearbeitung. Also, wenn ihr die Farbe anpassen möchtet, nehmt ihr hier einfach das Direct Selection Tool und könnt ihr dann einzelne Balken anwählen und hier dann, kennt ihr ja, Color Guide und so weiter, beliebig anpassen. Ich nehme jetzt hier mal High Contrast. Könnte mal, ach so, hier noch falsch ausgewählt. Also, könnt ihr hier beliebig anpassen. Das Spiel kennt ihr ja bestimmt schon. Hier einfach ein bisschen rumprobieren. Ihr könnt hier auch die Farbe selbst auswählen, wie ihr das gerne hättet halt. Einfach rumprobieren. Geht ganz einfach. Hier habt ihr vorgespeicherte Farben und hier könnt ihr euch die Farbe dann halt selbst auswählen, wie ihr das gerne hättet. Was gibt es noch weiter dazu zu sagen? Ach so, ja genau, am Anfang habe ich euch ja gesagt, es spielt keine Rolle, was ihr hier auswählt. Und zwar hat das den folgenden Grund. Wenn ihr jetzt hier einen Doppelklick auf das Symbol macht, dann geht hier ein weiteres Symbol, also ein weiteres Pop-Up-Fans, Entschuldigung, auf. Und dann könnt ihr hier jederzeit die Art eures Diagramms beliebig ändern. Dann zum Beispiel in ein Kreisdiagramm und so weiter und so fort. Dazu natürlich hier das bereits erstellte mal kurz markieren. Und dann wie gesagt hier reingehen. Und ihr könnt das dann hier beliebig verändern. Wie ihr das dann braucht. Jederzeit. Okay, ich gehe mal hier wieder zur Anfangsansicht. Und was wir hier noch weiter einsetzen können, ist hier zum Beispiel ein Drop Shadow, also ein Schatten unterlegen. Wenn ich jetzt hier mal auf Oklick klicke, keine Ahnung, wieso man das eingebaut hat oder wer das benötigt. Auf alle Fälle hättet ihr die Möglichkeit hier einen Schlagschatten dahinter zu legen. Hier seht ihr noch, die Legende könnte man hier nach oben setzen und die First Row in Front. Klicken wir einfach mal drauf. Was passiert hier? Nichts. Okay. Was das jetzt genau ist, weiß ich leider auch nicht. Aber auf alle Fälle hier unten noch ein wichtiger Punkt und zwar mit den Columns und den Clusters. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Und zwar ändere ich das am besten einfach mal auf 100% zum Erklären und klicke hier auf Ok. Ok, also die Columns sind eure einzelnen Balken hier, eure einzelnen Balkenfelder. Und ihr müsst euch vorstellen, hier vom rechten blauen Balken außen bis zum linken schwarzen Balken außen sind 100%. Also wenn ich jetzt hier 100% habe, dann ist das ganze Feld hier gefüllt mit diesen Balken. Wenn ich jetzt hier aber die 100% zum Beispiel auf 50% ändere, dann rechnet er mir es so aus, dass mein Feld hier nur zu 50% von meinen Balken gefüllt ist. Wie ihr jetzt sehen könnt. Ist ein bisschen kompliziert und das gleiche hier auch mit den Clustern. Also von hier bis hier ist im Prinzip das große Cluster und ich möchte 80% von meinem Cluster gefüllt haben. Wenn ich das hier auf 100 mache, dann könnt ihr gleich sehen, was passiert. Dann wird das Ganze hier einfach ein bisschen ausgedehnt. Also wirklich hier von 0 bis hier nach ganz rechts ist mein großes Cluster. Und wenn ihr natürlich jetzt hier nur 10% macht, dann ist das Ganze hier entsprechend dünner. Ist ein bisschen kompliziert, am besten spielt ihr einfach damit rum und seht dann selbst, was passiert. So, also. Ihr müsst nur nochmal kurz zum Erklären. Falls ihr eine Frage habt, schreibt mir gerne eine Nachricht und ich probiere euch das nochmal zu erklären. Aber es ist wirklich ein bisschen schwierig. Auf alle Fälle, jede einzelne Balkenkategorie, wenn ihr so wollt, die hat hier in dem großen Cluster einen Wert. Und wenn der Wert jetzt hier angepasst wird auf zum Beispiel 10%, dann befinden sich in dem großen Cluster nur noch 10% von meinem Balkendiagramm und so weiter und so fort. Ist ein bisschen kompliziert, tut mir leid, dass ich euch das jetzt hier nicht besser erklären kann. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem kapiert. Ansonsten, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Und ich probiere es euch dann nochmal zu erklären, falls ihr es nicht verstanden habt. Okay, so viel dazu. Das wäre es jetzt eigentlich hier mit dem Balkendiagramm. Da könnt ihr jetzt einfach mal rumspielen und rumprobieren. Ich werde das an dieser Stelle jetzt hier schließen und mache hier wieder mit Ctrl-N ein neues Dokument. Denn wir kommen zum nächsten Tool und zwar das Symbol Sprayer Tool. Ich wähle das an und auch wenn ich hier draufklicke, kommen hier mehrere Symbole. Diese sind allerdings von Bedeutung, die werde ich euch jetzt zeigen. Okay, mit dem Symbol Sprayer Tool können wir Symbole auf ein Bild oder hier auf die weiße Fläche sprayen. Dazu habe ich euch hier ein Bild von einem Baum. Ich importiere das gleich mal. Ich muss das hier noch ein bisschen kleiner machen. Also hier mein Baum. Noch ein bisschen raus. Okay. Also Symbol Sprayer Tool. Wenn ich das anwähle, muss ich hier oben auf meine Symbole klicken. Hier geht mein Fenster auf. Ich ziehe mir das noch ein bisschen runter. Ich habe hier die bestimmten Standard-Symbole bereits vorgespeichert und wenn ich hier unten draufklicke, dann geht mir hier die ganze Bibliothek noch auf. Und ich wähle jetzt einfach mal Nature und gucke mal, ob ich hier ein Blatt finde. Ich mache das mal groß und hier rüber. Und ich sehe es nicht ganz so gut. Hier, ich nehme mal dieses Blatt. Und wenn ich jetzt hier mit dem Symbol Sprayer Tool draufklicke und draufbleibe, dann seht ihr, hier werden ganz viele Blätter gemacht. Okay, jetzt haben wir hier ganz viele Blätter in meinem Baum. Das sieht ja wunderbar aus. Wenn ich jetzt hier draufklicke und draufbleibe, gehen wir gleich hier zum Symbol Shifter Tool. Das Symbol Shifter Tool, am besten zeige ich es euch einfach. Mit dem könnt ihr die Blätter jetzt hier ein bisschen verschieben. Ein bisschen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte jetzt hier noch ein bisschen rausgehen. Hier noch ein bisschen mehr ins Zentrum und so weiter. Ihr könnt also jetzt hier eure Blätter, die hier eine homogene Masse darstellen, noch ein bisschen beliebig verschieben. Mit dem nächsten Tool, Symbol Scruncher Tool, könnt ihr hier an bestimmten Stellen die Blätter ein bisschen einschrumpfen. Das nächste Tool ist hier das Sizer Tool. Das macht genau das Gegenteil. Und zwar könnt ihr hier bestimmte Blätter zum Beispiel wachsen lassen. Weiter geht es hier mit dem Spinner Tool. Ich glaube, das erklärt sich schon von selbst. Das heißt, wir können hier die Blätter in eine bestimmte Richtung zeigen lassen. Zum Beispiel, wenn wir hier einen Wind darstellen möchten. Dann weiter geht es hier bei dem Symbol Stainer Tool. Hier ist ein bisschen kompliziert zum Erklären. Ich zeige es euch ganz kurz. Es macht im Prinzip hier einfach das Bild schwarz-weiß. Dann hier beim Screener Tool. Das macht euer Bild, also jetzt in diesem Fall das Symbol hier, das Blatt, durchsichtig. Also es gibt ein Screen. Das heißt, dass wir den Baum hier noch besser sehen können. Wenn ich hier mal ranzoome. Wir sehen hier, die Blätter sind dann halt hier ein bisschen durchsichtig. Also wie wenn wir auf den Screen Mode gehen. Und zu guter Letzt hier noch das Symbol Styler Tool. Mit dem kann ich hier einen Graphic Style anwählen. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier einfach mal den vorinstallierten. Das wäre keine Fläche. Und schwarze Außenlinien. Und wenn ich jetzt hier auf die Blätter klicke, dann wird mir das hier direkt gemacht. Ich kann natürlich hier auch andere Graphic Styles auswählen. Zum Beispiel diesen hier. Kann hier auch in die Bibliothek gehen und mir hier noch was raussuchen. Ich nehme mal Neo-Effekte. Und ich nehme einfach mal diesen hier. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke. Ja, ist noch der andere angewählt. Entschuldigung. So, jetzt. Da haben wir es. Jetzt habe ich Neonblätter. Also mit dem könnt ihr also hier die Darstellung eurer Blätter verändern beliebig. Ihr könnt natürlich eigene Graphic Styles erstellen und so weiter und so fort. Und die dann hier auf eure Blätter drauf klatschen. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen hier mit den Tools. Und nächstes Mal geht es dann weiter hier mit den nächsten vier Tools. Bis dahin schreibt fleißig Kommentare. Schreibt mir Nachrichten. Was wollt ihr als nächstes in den Tutorials sehen und so weiter und so fort. Was kann ich noch verbessern und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.